Ich glaube schon, dass es möglich ist. Jawahee! Nein, hallo. Ich habe hier weg. Ah! Ha! Hat Froni gerade gerülpst? Kann das jemand flippen? Kann man das nach uns nachschauen? War das ein Rülpser? Live bei Twitch? War das ein Rülpser? War kein Rülpser? Ihr habt es auch gehört, oder? War kein Rülpser. War das ein Rülpser? Nein, das war kein Rülpser. Ah! Das war kein Rülpser. Sie wird rot. Das war ein Rülpser. Froni hat vor mir auf Twitch gerülpst. Nein! Das war... Klippen, klippen! Die hat gerülpst! Ey, bitte spielt das in Slowmotion ab. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das war ein Rülpser. Nein, das war kein Rülpser. Schnell! Sinte, mach deinen Modjob. War das einer? Nein! Ich bin wach wieder. Das war kein Rülpser. Ich glaube, das war ein Rülpser. Nein, nein. Gute Nacht. Gute Nacht. Im Pups war es nicht Ravenheart. Ich glaube, es war ein Rülpser. Nein, das war nichts. Da kam der Aperol kurz wieder hoch. Gute Nacht, Frau Zillabon. Müsst ihr jetzt alle ins Bett um 10 Uhr am Samstag? Schnell! Ach so! Dann macht es natürlich Sinn. Was hast du eigentlich davor gesagt? Ich war so abgelenkt vom Rülpser. Gesundheit. Ei. Ach das. Shit. Oh, oh, oh. Was denn? Was passiert? Du hast gewölbst. Nervig. Bis morgen. Bis morgen. Das war ein Röpser. Ich bin mir sicher. Ich gucke, wenn das keiner von euch klippt, ist okay. Ich gucke es mir morgen nochmal an. Ich glaube, das war ein Röpser. Dann brauchen wir das auch als Command. Jawohl, Fabian. Was ist jawohl, Fabian? Jawohl, Momino. Pillen Pupsi Queen mit zwei Pillen. Röpsi Queen. Röpsi Queen ist geil. Röpsi Queen, Freunde. Da bin ich dabei. Da bin ich der Anführer. Guck mal drauf. Ja, das schauen wir uns ganz kurz an. Ich speichere mal das Sicherheitshalber. Das will ich mir nochmal anschauen. Freunde, wir schauen uns das nochmal an. Hat Fronida geröpsst? Ich glaube, ja. So. Just chatting was? Nee, es war das da. So. Hör mal rein. Ich glaube, das war ein Röpser. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Jawohl, hey. Es war ein Röpser. Frodi hat vor mir auf Twitch geröpsst. Du bist so eine Legende. Hörst dir nochmal an. Schatz, ich bin so stolz auf dich. Da muss alles raus. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Jawohl, hey. Nein. Das ist so gut. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Jawohl, hey. Ey, das war ein absoluter Lieblingsclip, der jemals hier passiert ist. Wirklich scheiß auf Warsong, scheiß auf Podcast, scheiß auf alles. Das ist der geilste Clip. Allein dafür hat sich Twitch machen gelohnt. Guckt euch die Thumbnail an. Seht ihr das hier? Ey, das ist so stark. Du hast nichts gehört, Enrico. Ich mache es dir noch einmal für dich. Enrico hat es nicht gehört. Tut mir leid. Wir müssen für Andreas das nochmal abspielen. Mach auf volle Lautstärke. Ich bin ruhig. Äh, äh. Ich glaube schon, dass es möglich ist. Jawohl, hey. Ey, du hast die Maori nachgemacht. Jawohl, hey. Aber das war kein richtiger Röpser. Natürlich war es Aufstoß. Dann nennst du nur wild. Ich feiere, was es war. Ist mir egal, was es war. Was ist das andere? Äh, äh. Ich glaube schon, dass es mythisch ist. Jawohl, hey. Nein. Das ist ein Röpser. Das ist ein Röpser. Ohne Spaß. Das ist sowas von gerülpst. Jawohl, hey. Äp. Ja, ey, Andreas. Dann tut es mir leid. Wie stark. Danke, Enrico. Das ist einfach kein Röpser. Ja, das ist ein Röpser. Ey. Nenn das, was da passiert ist, wie ihr wollt. Ich verschluck mich und es kommt ein Geräusch daraus. Ja, ich liebe dieses Geräusch. So.